Die Hexen und Hexenjäger streiten so viel. Mike fragt sich, ob sie einander mögen. Habt ihr Drachen gesehen? Nein? Mike denkt, sie müssen sich verstecken. Im Moment. Kommt später wieder. Dann können wir uns weiter runter. Dann können wir uns weiter unterhalten. Die Hexen und Hexen sind alle schützliche Gewalt. Dann können wir uns weiter runter.